Hallo, herzlich willkommen zu Quarantänetag Nummer 30. Ich habe euch ja in einem meiner letzten Videos sehr, sehr viele Fragen gestellt. Und der Reinhold hatte in meine Kommentare geschrieben, dass er gerne noch mehr Fragen gestellt bekommen möchte. Haben Pinguine Knie? Gibt es ein anderes Wort für Synonym? Hatte Noah auch Fische auf seiner Arche? Und warum hat er Mücken mitgenommen? Heißen Teigwaren, Teigwaren, weil sie vorher Teigwaren? Warum ist das Wort Abkürzung so lang? Warum klebt alles Kleber überall, nur nicht auf der Innenseite der Tube? Warum riechen Füße und Nasen laufen? Warum wurden früher aus Affen Menschen und jetzt nicht mehr? Wenn man einen Schlumpf verkloppt, bekommt er dann blaue Flecken? Was passiert mit einem Fluggerät, was mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, wenn man die Scheinwerfer anmacht? Wenn Schwimmen schlank machen soll? Was machen Blauwale dann falsch? Wer bringt dem Storch die Babys? Wie pustet eigentlich der Drache seine Geburtstagskerzen aus? Warum haben Indianer keine Bärte? Warum haben wir Klappen an den Augen und nicht an den Ohren? Damit du hörst, wenn du dein Zimmer aufräumen sollst, Schatz. Oh. Warum heißt es, dusch das und ich dusch dich? Wie kommt ein Schneeflugfahrer morgens zur Arbeit? Hatten Adam und Eva Bauchnabel? Erst bin ich hungrig, dann esse ich was, dann bin ich satt. Wenn ich duschig bin, dann trinke ich was und was bin ich dann? Warum gibt es im Flugzeug Schwimmwesten und keine Fallschirme? Wenn Trockeneis schmilzt, wird man dann nass? Wie heißen die harten Plastikenden an den Schnürsenkeln? Ein Butterbrot landet immer auf der Butterseite. Eine Katze landet immer auf den Pfoten. Was passiert, wenn man Butter einer Katze auf den Rücken schmiert? Können die nachholzen, ob sich wohl der Schlitten vom Weihnachtsmann rentiert? Warum ist einsilbig dreisilbig? Macht vier plus vier, sieben, wenn man nicht acht gibt. Warum passiert immer genauso viel, wie in die Zeitung passt? Und ganz zum Schluss noch, sollte man Brechbohlen wirklich essen? Tschüss! Wir sehen uns dann bei Quarantänetag Nummer 31, wenn ihr wollt.